Der Verein Lichtblick hat mit Oktober dieses Jahres einen Beirat eingerichtet. Die Mitglieder aus Wirtschaft, Politik und Ethik sollen die fachliche und wirtschaftliche Qualität des Konzeptes der freiwilligen Einkommensverwaltung laufend prüfen und stärken sowie bei der Weiterentwicklung des Angebotes unterstützend wirken. Das Projekt richtet sich an Menschen in finanziellen Krisensituationen. Einerseits ist es möglich, dass Klientinnen und Klienten in finanziellen Notlagen sind, wo wir eben zuerst einmal versuchen, diese Krise zu bewältigen und dann eben längerfristig ein ausgeglichenes Einnahmen- und Ausgabenbudget zu erstellen. Wichtig ist es bei uns vor allem, dass es um ein selbstbestimmtes Handeln geht. Wir fördern die Selbstbestimmung unserer Klientinnen und es geht darum auch, die Ziele so anzupassen, dass die Klientinnen selber wählen. Mit November 2015 wurde das Konzept der freiwilligen Einkommensverwaltung aufgrund des Bedarfs um eine Seniorenbetreuung ergänzt. Langfristiges Ziel ist die Wiedererlangung eines selbstbestimmten Lebens.